Verlostes Fördergeld, verschluderte Datensicherheit, verlorene Steuereinnahmen. Der Bundesrechnungshof wirft der Bundesregierung in seinem Jahresbericht zahlreiche Verfehlungen vor. Auch grundsätzliche Kritik äußert die Behörde in den am Dienstag veröffentlichten Bemerkungen 2022. Durch die hohe Staatsverschuldung werde der fiskalische Spielraum für zentrale Projekte künftiger Parlamente und Regierungen immer geringer. In den Bemerkungen werden exemplarisch 20 einzelne Fälle vorgestellt, mit denen sich der Bundesrechnungshof ausführlich befasst hat. In den kommenden Monaten soll sich der Bundestag damit beschäftigen. Kritisiert wird unter anderem das Bundeswirtschaftsministerium. In einem 500 Millionen Euro schweren Programm namens Digital Jetzt würden Fördermittel zur Digitalisierung von Unternehmen verlost, statt sie anhand sinnvoller Kriterien auszurichten, moniert der Rechnungshof. Die geförderten Firmen würden nach dem Zufallsprinzip bestimmt, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Rentabilität der Investition spielten praktisch keine Rolle. Der Bundesrechnungshof nimmt hohe Mitnahmeeffekte an. Gerückt wird auch das Bundesarbeitsministerium, und zwar wegen der Grundrente. Schon im Gesetzgebungsverfahren hatten Fachleute vor überbordender Bürokratie und hohen Verwaltungskosten gewarnt, erklärt der Bundesrechnungshof, eine überschlägige Bestandsaufnahme bestätigt dieses Bild. Im ersten Jahr der 2021 eingeführten Leistung seien 1,3 Milliarden Euro Grundrente ausgezahlt worden, wobei fast 0,4 Milliarden Euro an Verwaltungskosten verursacht worden seien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017